Hallo ihr Lieben, ich bin Daniel von Board Game Circus. Board Game Circus, ein kleiner Verlag für familienfreundliche Brettspiele. Und hier stehe ich im Brettspiel-Kiosk in Bad Krotzingen. Vor einem Monat habe ich hier den Showroom meiner Arbeit eröffnet. Hier könnt ihr Spiele ausprobieren, hier könnt ihr Spiele kaufen. Ich möchte aber, dass der Brettspiel-Kiosk noch so viel mehr ist für uns alle. Er soll Begegnungsstätte sein für alle, die Interesse haben am Spiel. Spieleabende soll es geben. Spiele Nachmittage, Game Design Workshops, Prototypen testen. All solche Geschichten können hier stattfinden und ich möchte diesen Raum für euch öffnen. Dafür brauche ich eure Unterstützung in dieser Kampagne, denn es fehlt noch an Mobiliar und es fehlt einer guten Kaffeemaschine und dem ein oder anderen Kleinteil, was wir brauchen, um aus diesem Raum, um aus dem Brettspiel-Kiosk einen echten Raum für die Community hier in Bad Krotzingen und Umland zu machen. Schaut bitte in die Kampagne, wie ihr unterstützen könnt und wie ihr unterstützen möchtet. Es gibt kleine Belohnungen für alle, die mitmachen. Ich danke euch super herzlich und wir sehen uns hier im Brettspiel-Kiosk. Alles Liebe.